Hallo, ihr süßen Puppis, willkommen zur Nutten-Lach-Lese. Ach, es fing gerade schon wieder wahnsinnig aufregend an, passt auf. Alle sind wieder zurück in Los Angeles und dann hatten sie da so ein Coaching mit Thomas Hajo und mit Michael Michalski und zwar mussten die ganzen Nutten, mussten mit so Male Models. Die haben geübt für einen Spot-Dreh, wo sie englischen Text sprechen müssen und zwar kein Fotoshoot, sondern ein Videoshoot. Und dann haben sie so zwei richtig süße Male Models, wie Thomas Hajo sagt, man würde auch sagen männliche Fotomodelle. Die Tochter von Mathieu Carrière, die war sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen, obwohl ich die hasse. Ich finde, das ist eine furchtbare, unsympathische Scheißkuh. Die hat immer so ein Gesicht, immer so... Meine Favoritin Kim, das ist die mit den kurzen Haaren. Ich finde, die ist sehr, sehr patent, sehr schlau, sieht fantastisch aus. Sie hat aber auch was zu sagen, weil die halt fit im Kopf ist. Die war nicht so gut. Und da mussten sie natürlich dann auch diese Male Models dann halt alle küssen. Es ging also wieder um die Kurfürstenstraße. Die Beine breit machen. So, dann war alles vorbei. Michalski und der Thomas Hajo haben irgendwie ihre privaten Foto- und Videoaufnahmen fürs Hotelzimmer fertig geshootet, damit sie ihr einsames Leben irgendwie noch mit fremden Menschen beim Wichsen abreagieren können. Und dann hat Thomas Hajo noch den schönen Satz gesagt, bitte vergesst eure Lines nicht. Ja. Und jeden Morgen, wenn die Models aufstehen, dann kommt der Thomas Hajo mit so einem kleinen silbernen Tablett an und sagt, was wollt ihr heute haben? Crystal Meth, Ketamin, Kokain oder Speed? Je nachdem. Dann abends in der Modelvilla ganz, ganz, ganz unauffälliges Product. Product Placement von Mesmer Tee. Ein paar der Models haben sich getroffen, um halt einfach mal einen Tee zu trinken. Und dann waren so schöne Gläser mit so einem Mesmer Stand da drauf. Und dann haben die so Teebeutel da reingesteckt. Und dann haben die halt Tee zusammen getrunken. So, und am nächsten Tag war dann das große, große, große Hochzeitsshooting, wofür die am Tag vorher geprobt haben. Und zwar in der St. John Cathedral in Los Angeles. Da haben sie alle so Brautkleider angezogen bekommen. Und ich meine, das lieben Mädchen ja total, weil Mädchen wollen alle irgendwann mal eine Braut sein. Die wollen heiraten. Wenn man eine Prinzessin sein möchte, dann geht man entweder zu Harald Glückler oder man heiratet. Und dann stand, dann war Heidi, dann war Heidi auf einmal da. Und dann, Heidi hat dann gesagt, ja, ich bin jetzt auch wieder da, hab so einen Kaffee hier gerade in meiner Hand. Und wir haben jetzt da so ein Ugly-Model. Sowas habe ich vorher noch nie gehört. Ich finde auch dieses Konzept, einen hässlichen Menschen im Fernsehen darzustellen, vorzuführen, als der ist total hässlich. Mal gucken, wie die Models darauf reagieren, finde ich grenzwertig. Aber gut, wir sind ja auch bei ProSieben. Da wird Grenzwertigkeit groß geschrieben. So, und dann war also der ganze Witz an der ganzen Sache, dass halt dann dieser hässliche Mensch steht jetzt schon vorne am Altar. Und dann kommt eine Minute nach der nächsten zum One-Take-Shoot, zudem nach vorne. One-Take-Shoot hat uns dann Heidi mehrmals erklärt für das ProSieben-Publikum. Man hat nur eine Einstellung Zeit, seine Line zu kennen, seinen Text zu kennen und halt eine gute Performance abzuliefern. Und dann sind die Models nach vorne gegangen, jeweils einer nach der anderen. Und dann war dieser hässliche Mensch da. Und dann war halt das Lustige, was sich Heidi ausgedacht hat, dass dann halt das so ist, dann guckt die halt zu dem. Und dann ist dann, ja, und dann ist dann halt dieser hässliche Mensch da. Wow, total, total aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und dann war Werbung. Dann war der nächste Tag. Dann gab es eine ganz, ganz, ganz kleine Produktplatzierung wieder. Und zwar kamen dann Thomas Haie und der Michael Michalski mit einem Lockenstab zu den Models. Und dann mussten sich, alle Models mussten sich dann Locken machen mit diesem Lockenstab. Da haben sich ganz besonders natürlich gefreut die eine mit den kurzen Haaren, ja, Kim. Und die andere, die aussieht wie Patrizia Blanco. Die haben sich total gefreut. Endlich mal Locken. Und dann war ein Casting für diese Lockenstab-Firma. Und da mussten sie alle so ein Shooting machen. Da mussten sie halt dann so locken und so. Und dann war Werbung. Und das Tolle war ja, dass dann, da kam die Kurzhaarige zu diesem Shooting und die hat dann ihr Buch halt dann gereicht. Und dann meinten alle, hey, aber vermute ich von dir und so, dass du halt dann auch jetzt gekommen bist und so. Und dann ist sie gleich wieder weggeschickt worden. Und da hat Michael Michalski dann eine Lanze für sie gebrochen. Meinte, meine, aber die ist immer total professional. Immer on point und immer verlässlich und so. Und ich finde, also, ich finde die total gut und so. Abends in der Modelvilla, alle hassen Elena. Und alle sagen ihr das aber nicht. Und das ist ja das Tolle an Mädchen. Und dann sagen die so im Interview, ja, ich hasse die voll und so. Aber wir lassen die das nicht merken. Dann saßen sie alle im Wohnzimmer. Da haben sie alle Pizza bestellt. Und die Elena, weil die natürlich nicht blöd ist. Die hat gemerkt, alle Mädchen hassen mich. Und da hat sie sich irgendwie aufs Sofa gesetzt, anstatt an den Esstisch. Und alle fanden es total doof und so, weil, was ist denn da los? Ey, die ist schon so scheiße und dann will die nicht mit uns essen und so. Mädchen sind grausam und falsch. Und liebe Zuschauerinnen, ihr wisst, ich habe recht. Am nächsten Tag war dann das Shooting mit Elena mit dem Lockenstab. Hat sie ganz toll gemacht. Da stand sie dann vor so einem weißen Hintergrund, hat mit so einem Lockenstab ihre Locken gedreht und so. Hä? Und dann war schon der Entscheidungstag. Passt auf. Und Heidi hat sich was ganz, ganz Tolles ausgedacht. Und zwar laufen die Models diesmal nicht auf einem Laufsteg, sondern die laufen auf einem Laufband. Da laufen die also nur auf der Stelle. Die sind halt irgendwie angezogen mit so Capes, so alle sahen aus wie so der Imperator von Star Wars, mit Accessories und Necklaces und blablabla. Aber sie müssen sich natürlich, und wir sind bei Germany's Next Topmodel, sie müssen sich ausziehen. Auf dem Laufband bis auf die Unterwäsche. Und dann war die mit dem Monchichi-Gesicht, war die erste, ich nenne die immer Ivana Trump. Oder wie heißt die Tochter von diesem verrückten Präsidentschaftskandidaten Kelly Trump? Ivanka Trump. Die war die erste und Heidi war nicht so begeistert und es war nicht so gut und so. Und auch gerade der Shoot, der One-Take-Shoot, da war sie irgendwie halt auch nicht so bei der Sache und so. Und dann war aber erst mal Werbung. Und dann kam die mit dem Kinn. Sie hat so ganz viel Kinn, so wie die Tochter von Bruce Willis. Ganz viel Kinn. Die war nicht so gut. Die ist Wacklerett. Dann gab es ein Mega-Beef hinter den Kulissen mit Elena Carrière und der Prollschlampe, deren Name ich nicht weiß. Und da haben die sich total gebieft, weil ich habe keine Ahnung, worüber sich diese Mädchen da streiten. Es geht anscheinend irgendwie um Mädchenthemen. Bla, 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 bla. Und du warst aber da gemein und da warst du aber auch gemein. Und da hast du mir dann nicht gesagt, dass ich da gemein war, aber ich hätte erwartet von dir, dass du mir gesagt hättest, dass... Und dann hat die Elena, hat dann danach total geweint, die Elena Carrière. Die war dann draußen und da hat die total geweint, die hat gesagt, oh Mann, das ist voll schlimm und so und ich verstehe das gar nicht, weil ich bin doch eigentlich total die süße Maus und die Liebe und so und dann war die mit dem Mund, das ist die mit diesem riesigen Mund, Independent Woman, Ohrringe weg, Necklace weg, Armband weg und dann irgendwie noch das Kleid weg, Paillette, dass meine Nutte ist, aber mit Anstand. Und das hat die mit dem Mund nicht gut gemacht, weil sie hat vergessen, ihr Kleid auszuziehen. Oh, sie hat vergessen, ihr Kleid auszuziehen. Und eine ist raus, keine Ahnung, die hieß Laura, Shania, Shakira, Kelenda hieß sie, glaub ich, die ist raus, schade. Addet mich auf Facebook, YouTube, Tumblr, Twitter, Instagram und Google Plus und bis dann, Bye! Sharing is caring. Ahahahahhaaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahhaahha